Oh je! Was geschieht denn da? Max als zersägter Mann. Achso, er kann sie jetzt auch teilen. Ja klar kann er das. Er kann ja sonst ja auch alles. Geil, Oma. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt. Ich war lange uneins, ob ich nicht einen klaren Cut machen soll. Guck mal, ey. Was ist das, die Salami? Ich war nur halb glücklich. Der eine Teil von mir, der hat immer gesagt, ich soll meine Beine in die Hand nehmen und meine bessere Hälfte hinter mir lassen. Aber der andere Teil von mir, der ist eher so der Durchschnittstyp. Alle Wortspiele, jedes einzelne war ja ein Killer. Ich war einfach geteilter Meinung. Seit der Trennung hänge ich irgendwie so in der Luft. Wird echt Zeit, dass ich mich mal zusammenreiße. Ja. Bin auch ganz schön auseinander gegangen. Guck zu viel fern, am liebsten Zweiteiler. Echt nicht so putzig, oder? Das ist Wahnsinn. Das war das erste Mal, wo ich dachte, bitte lass die Nummer jetzt wirklich ganz, ganz schnell vorbei sein. Aber ich trainiere jetzt neuerdings für einen Halbmarathon. Bin mal gespannt, wie ich abschneide. Aber Moritz ist auch kurz davor. So, ich muss jetzt auch los, es ist schon halb. Danke für eure ungeteilte Aufmerksamkeit.